Come on Vienna! Hallo Fans und Freunde der Vienna. Ich war gerade bei der Post und schaut was ich bekommen habe. Dieses tolle Paket beinhaltet das Vienna Fanfotobuch. Und zwar ein Prototyp. Habe ich drucken lassen und heute bekommen. Und ich kann nur sagen, in meiner Leben... Es ist einfach so wunderschön, dieses Buch endlich in Händen zu halten. Die Idee, die Umsetzung, danke euch und jetzt endlich dieses Buch. Also ein Buch wirklich. Schaut mal, wie dick dieses Ding ist. 168 Seiten, das ist einen First Vienna Football Club würdig. Mit vielen tollen Fans und ein tolles Buch, ganz einfach. Danke an die Karin Rieder, danke Karin für deine Mühen und für deine tolle Arbeit, um das Buch umzusetzen. Trotz anderer Umstände wirklich dieses tolle Buch entstehen zu lassen. Und ich bin einfach nur happy damit. Diese Fotos und Text von euch, wirklich tolle und witzige und interessante Geschichten. Und ja, ich kann gar nicht die Worte fassen. Ich bin einfach so glücklich, endlich dieses Buch in Händen zu halten. Das werden wir jetzt durchchatten und schauen, ob so weiter alles passt. Und was man noch vielleicht ändern muss oder sollte. Und dann, meine Lieben, wenn alles soweit ist, dann werden die 100 Stück gedruckt. Und ich werde euch natürlich rechtzeitig Bescheid sagen, wann es eine Präsentation gibt, wo ihr diese Bücher erhalten könnt, wie viel sie kosten werden und so weiter. Aber ich denke, sie werden euch gefallen. Und ich hoffe, alle 100 finden eine Besitzerin oder Besitzer. Weil ich glaube, das sollte in keinem Bucherregal eines guten Fußballfans, natürlich speziell eines Vienna-Fans fehlen. Das ist ein ganz tolles Sammlerstück und tolles Zeitdokument. Eine wichtige Zeit. Genau jetzt. Die Vienna macht ja eine ganz spezielle und schwierige Zeit durch. Aber auch eine neue Ausbruchsstimmung. Apropos Zeit. Wir haben ja ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Und zwar ein Jubiläumsjahr. 125 Jahre First Vienna Football Club 1894. Aber auch 125 Jahre Fußball in Österreich. Und ja, da sollten wir eigentlich ordentlich und würdig feiern. Und da brauche ich euch. Und ich möchte euch gerne zu einem Gedankenaustausch anregen. Sagt mir eure Meinungen. Sagt mir eure Ideen. Sagt mir eure Vorstellungen. Von einem gelungenen Vienna-Fest um den 22. August im Sommer. Und zeigen wir, wie kreativ wir Vienna-Fans sind. Wie stark die Vienna-Family ist. Wie außergewöhnliche Ideen die Common Vienna Community hat. Und wäre auch toll, wenn ihr mir eure Meinungen, Ideen etc. unter das Video schreibt. Oder auf Facebook. Oder als E-Mail. Ganz egal. Meldet euch bei mir. Sagt mir einfach eure Ideen. Eine Hüpfburg oder ein Freundschaftsspiel gegen Sportclub. Also ich hoffe, uns fällt da was Kreatives ein. Und unterstützen wir auch unseren Verein, unsere Vienna bei diesem Vorhaben ein tolles Fest im Sommer auszurichten. Meine Lieben, am Samstag ist das ganz, ganz wichtige Match gegen Simmering. Es geht um den Aufstieg in die Wiener Liga. Und ja, da sollten wir alle dabei sein. Unseren Verein zahlreich und lautstark unterstützen auf der Art. Ich möchte gerne ein Common Vienna Special machen. Einen Special Vlog über dieses Match. Ich möchte euch gerne ein bisschen befragen, was ihr von der Rückrunde so haltet. Was eure Erwartungen sind. Und natürlich wie ihr unsere Vienna, unsere blau-gelbe Kampfmannschaft unterstützt. Und was ihr auch noch sonst für Ideen rund um die Vienna habt. Ich werde natürlich auch eine Fanfahrt ein bisschen dokumentieren und 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 und. Also das soll eine wirklich große Geschichte werden. Weil es eben ein sehr, sehr wichtiges Match ist. Es ist ein 6-Punkte-Match. So ist es. Und ja, wir sollten alle unsere Mannschaft, unsere Vienna unterstützen, meine Lieben. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Empfehlt mich natürlich weiter. Besucht mich auf Facebook, Twitter, Instagram und Google Plus. Solange es das noch gibt. Meine Lieben. Ich hoffe wir sehen uns recht zahlreich. Spätestens am Samstag. Und bis dahin kann man Vienna. Einfach nur leibend. Super. Das wurde im ersten Ohr. So erinnere mich in meinemließen. tastes am Samstag. Einfach nur ein�iig sein. Und bis dahin kann man Gruppe von dem Lüter gut wegnehmen.